Musik Meine lieben Schützekameraden, Schützekameraden, wie Sie alle wissen, ich muss leider noch Rücke zudrehen im Moment, denn, wie Sie alle wissen, unser Stadtdechland, Monsignore und Chef der Sankt Lambertus, wie wir liebenswert sagen, unser Schützepastor und ihre Mitglieder, wird uns ja leider Ende des Monats verlassen, aber er ist nicht weit weg und er behält den Kontakt zu uns aktiven Schützinnen und Schützen. Und ich habe heute die wunderbare Aufgabe, mich als Regimenter bei Ihnen herzlich zu bedanken, Herr Pastor, für die gute Zusammenarbeit, die wir beide hatten, auf Schützenebene, aber auch privat. Und ich muss immer da sagen, wenn Sie riefen, waren wir da. Wir Schützen haben die Vertretung gemacht für alle, Herr Innen und meine Wenigkeit. Und ich glaube, Sie hatten mit uns Schützen, Schützen auch einfach. Und wenn Sie manchmal an der Kirche vorbeigehen, aber bei der Tasse Kaffee im Goldenen Ring, sind Sie doch mit dem Herzen dabei. Und das spricht dafür, dass Sie eine große Beliebtheit in unserem Regiment genießen. Und deswegen freue ich mich heute, eine Serenade spielen zu lassen, Ihnen zu ehren, als Schützenpastor und wir behalten Sie in guter Erinnerung, halten Sie uns auch in guter Erinnerung. Und der Weg von Köln und Düsseldorf ist hinweit. Dankeschön, dass Sie hier sind und ich freue mich schon morgen auf das feierliche Hochamt, wo wir noch nichts vorhaben, der sollte morgen früh in die Kirche kommen. Dankeschön, dass Sie hier sind. Dankeschön, dass Sie hier sind. Dankeschön, dass Sie hier sind. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018